Das muss doppelt unterstrichen werden, diese Zeile. Nicht, dass das Bier wirken wird, wir müssen schneller machen. Ja, das Wasser hat die Temperatur, wie dein Mann das Bier haben möchte. Paggiano. Hallo. Willkommen zu dem zweiten Part Toskana Urlaub. Wir sind gerade fresh aufgestanden. Hinter uns die Berge. Und Voltaire. Strahlend blauer Himmel. Wir sind heute aber gar nicht in der Toskana. Wir sind heute nämlich an The White Beach. Den italienischen Namen, wir wissen aus den vorigen Videos, kann ich nicht aussprechen. Etwas mit Bianca, glaube ich. Irgendwas mit Bianca findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ja, und wir waren schon mal bei The White Beach. Wir können euch versprechen, der ist außergewöhnlich. Man muss zwar sagen, es ist eine traurige Geschichte dahinter, aber er ist wirklich, wirklich schön. Also, seid gespannt. Wir gehen aber vorher noch ein bisschen frühstücken. Wasser ist wichtig. Ja, Wasser ist sehr wichtig. Wenn wir jetzt auch einkaufen, Croissants sind auch wichtig. Und ich habe kurze Hose. Nein, in Italien gibt es keinen Pfand. Meine Freundin hat gesagt, ich soll extra aufnehmen, wie sie um diesen Zaun geht. Damit ihr nicht denkt, dass hier gesperrt ist. Hier ist nicht gesperrt. Ja, doch, es ist gesperrt. Aber wir können mit dem Auto nicht, oder? Da ist der Parkplatz für die Autos. Und da geht es lang. Ich freue mich so sehr. Ja, ich mich auch. Ihr müsst jetzt circa noch 10 Minuten laufen. Das ist halt ein kleiner Nachteil, aber es lohnt sich. Das ist ein Vorteil, wenn man zu Schokopitausstand gibt. Also, wenn man... Also wenn man... Also wenn man... Wenn du überhaupt schon mal ein Video über das Wort Schokopitausstand nicht erwähnt hast. Ich glaube nicht, oder? So, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich ein Video gefunden habe, wo kein Schokopitausstand vorkam. Das ist die Frage, genau. Babe? Hier da zu dem Baum. Warum? Nicht, dass das Bier warm wird. Das muss doppelt unterstrichen werden, diese Zeile. Nicht, dass das Bier warm wird, wir müssen es schneller machen. Das ist wirklich schön. Soll das jetzt? Gestrandeter Wal, oder was? Erika übrigens, vielen Dank für die Jacke. Ich werde sie dir mal irgendwann zurückgeben. Vielleicht mal im Winter oder so. Oder wir kaufen jetzt eine neue. Dann kriegt Evi. Geht auch eine Möglichkeit. So. Ja, Mitte April. Meine Freundin will jetzt ganz, ganz mutig ins Meer. Ich war gerade schon mal mit den Füßen drin. Es ist so. Es ist so. Auf Mädchensprache? Auf Mädchensprache. Es ist so. Ja. Das Wasser hat die Temperatur, wie dein Mann das Bier haben möchte. Besser? Also, ja. Gucken wir mal, wie schnell meine Freundin wieder draußen ist. Also, ich habe nur gesagt, dass ich reingehen möchte. Ich habe nicht gesagt, dass ich reingehen möchte. Aber wie gesagt, wenn das Wasser ungefähr die Temperatur eines Gletschers hat, dann... Wollen wir wissen, dass ich reingehe? Nee, die Wette verlieren. Ja. Okay. Bist du soweit? Nee, ich bin soweit. Aber ich will sterben. Ja, du läufst, ne? Ja, und du? Kommst mit, oder? Willst du dich da rein? Ich nehme das erstmal auf, wie du reinläufst. Ich nehme das mal. Ja, du willst doch ganz gut sein. Geisteskrank, hör mal! Hier ist geisteskrank! Gar nicht so kalt! Moment mal! Oh, frisch! Da kann man auch drin chillen, oder? Das hat super viel Spaß gemacht! Boah, ist das kalt! Ja, wir haben bald April! Pass auf, man nimmt sich eine rechte Hand. Ja? Hier, auf die linke Schuhe. Oh no! Auf die rechte Schuhe. Dann eine ins Gesicht. Oh je! Dann eine auf den Kopf. Das ist doch viel schlimmer! Das ist doch viel schlimmer! Hallo! Komm! Du schaffst das! Ich kann, wo der Wind kommt, ne? Ja, warte! Du musst die Kamera auch ruhig halten! Das ist kalt! Das ist doch egal! Das ist doch gar nicht! Das ist doch gar nicht! Ich kann nicht nur auf das kalt. Ich habe nicht gedacht, dass es so hochgedacht ist. Wie? Ich wollte einfach nicht rauskommen. Ja, habe ich gemerkt. Ich chill hier schon eine halbe Stunde. Ich glaube, ich gehe gleich noch weiter. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.